Yusuf Diketsch geht momentan durch seinen Auftritt bei den Olympischen Spielen in Paris viral. Der 51-Jährige gewann zusammen mit Ilaida Tahan im Teamwettbewerb die Silbermedaille im Schießen. Und das in einer auffallend entspannten Haltung, mit einer Hand in der Hosentasche und ohne den Einsatz von Hightech-Ausrüstung wie Speziallinsen, die beim Zielen helfen. Verschiedene Memes von seinem Auftritt verbreiten sich derzeit rasant im Netz und wurden bereits von Persönlichkeiten wie Elon Musk und Andrew Tate kommentiert. Diketsch fällt schon seit längerem durch das Fehlen von Ausrüstung auf, aber diesmal hat es besonders viel Aufmerksamkeit erregt, weil er vor einem so großen Publikum stand. Auf die Frage nach seinem lässigen Auftreten erklärte er, dass er von Natur aus ein Schütze sei und daher nicht viel Ausrüstung benötige. Der aus Karamanmara stammende Diketsch ist ehemaliger Stabsfeldwebel der Gendarmerie und hat schon zahlreiche Weltmeisterschaften in verschiedenen Schießdisziplinen gewonnen.